Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwittiges Tier. Ich habe Gott, die Frieden zu schützen! Obwohl Trunks seine Position bei diesem Kämpf in Frage stellt, tritt er mit Vegeta weiter. Irgendwo in der Zukunft führt Trunks Welt plötzlich von einem Feind angegriffen, der alles Leben auf der Erde auslöschen will. Goku-Schwarz. Okay, es ist also die Goku-Schwarz-Sache und nicht die Cyborg-Saga. Okay. Trunks hat zu viele Verbündete und seine Mutter Bulma verloren und entkommt in einer Z-Maschine in die Gegenwart, wo er Son Goku und die anderen um Hilfe bittet. Anhand der Informationen von Trunks versuchen Son Goku und seine Freunde die Identität von Son Goku-Schwarz aufzudecken. Einer dieser Verdächtigen ist Samatsu aus Universum 10, aber es sind keine Beweise für eine Verbindung zwischen den beiden zu finden. Als Trunks hört, dass Son Goku gegen einen Zerstörer gekämpft hat, fragt er sich, ob er in diesem Kampf gehört. Vielleicht verspürt Vegeta etwas in seinem Sohn, woraufhin Vegeta Trunks Vater ihn anspricht. Über hier, Junge. Lass uns wieder trainieren. Wir trainieren mit Papa aus, das ist nicht toll. Du hast mich nicht trainiert, seit ich bin bei Selbem, du erinnerst? Natürlich nicht. Du denkst, ich habe einen Art Diary unter meinem Pillow? Well, I haven't forgotten, Father. A year in the hyperbolic time chamber with you? I'll always remember that. No need to hold back. Use your Super Saiyan 3, like Goku did. Ha 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 ha. What's so funny? Aber geht ab und zu sein witzig. Super Saiyan 3? Wir brauchen nur sowas. Man, ich wollte ihn gerade fertig machen. Schau an mich, dumm Arsch! Wollt den Schreie aus deinem Gesicht! Stopp' in black! Ist das dein einzig Ziel? Du denkst, es endet da? Denkst du über die nächste Gefahr. In einem Jahr, oder fünf, oder zehn. Oder denkst du über deine Freude. Wenn Saiyan blood fließt in deine Hände. Wenn du mein Sonn ist, wie du sagst, dann werde ich nicht tolerieren, dass du etwas verlierst. Ich höre dich und werde stärker werden, stärker als Black und stärker als du. Doch inzwischen hat Goku Schwarz Super Saiyajin Rosé erreicht, was ihm die nötige Kraft gibt, um Super Saiyajin Blau Vegeta zu besiegen. Obendran ist Samatsu eingetroffen, er hat nicht nur vor, Trunks und die anderen zu töten, er sagt außerdem, dass er einen unsterblichen Körper hat. Als Samatsu und Schwarz die Deckung fallen lassen, entkommen Trunks und seinen Verbündeten in die Gegenwart. Mit Bills herstören sie dort Samatsu. Bills sagte, dass das Töten von Samatsu in der Gegenwart die Zukunft beeinflusst. Sie kehren in die Zukunft zurück, um nachzusehen. Doch Samatsu und Goku Schwarz sind sehr wohl noch am Leben. Bills und Goku Vorsätze hier raus, wird aber besiegt. Haben wir ja gesehen, das Töten. Es gibt keine Bedürfnisse, es ist jetzt dein Geil. Lass uns sie ausführen, schön und langsam. Trunks? Du kannst Black mir zu lassen. Gehe deinen Kopf, es ist zu viel für dich. Ich kann es tun, du siehst. Selbst wenn ich den ultimaten Preis bezahlen muss. It's over a thousand. You're so great, Trunks. Habt ihr euch ausgewundert? But you are a sinner. A sinner. Das ist die Beschnecke, ja? Das ist die Beschnecke, ja? Das ist die Schwarz. Oh, das könnte nicht so passen, was? Das ist ja Mist. Ich war auch nicht fertig. Stopp! So, next time you mourn your fate, remember, they're dead because of you. All I've ever tried to do is save people from walking nightmares like you. I'll hold them off and give them everything I've got. But in case I fail, you need to find a way to defeat them. Do you take me for a coward? I'm not going to leave you here. No, he's right. It's the only way to save his future. You agree with this? You are not getting away. First, you'll have to deal with me. Das sah gerade so gut aus. So, man, ein Tausend. Komm schon, du bist besiegt, man. Er hat gesehen, er hatte kein Leben übrig gehabt. Sieg auf ganzer Linie. Wir haben ihn besiegt. Vermutlich die Zukunft verändert, weil er jetzt tot ist. Schön. Na, er hatte ja keine Leben mehr auf dem Balken gehabt. Also passt das ja. Da lebt er noch. Ey, ich hab ihn so richtig schön kaputt gemacht. Tuanks hatte Son Goku und Vigil der Zeit verschafft, um zu entkommen. Aber Samatsu und Schwarz hatten, haben Tuanks in die Zange genommen. Doch Tuanks kann gerade noch von seinen Freunden aus der Zukunft gerettet werden. Tuanks tritt der neue Samatsu und Goku Spaß entgegen. Aber mit Samatsus Unsterblichkeit hat er sich schwer übernommen. Mit Hilfe der Zeitmaschine kehrt Son Goku und die anderen in die Zukunft zurück. Wo Bulma, Tuanks die Fesselungswelle leert. Ja, aber eigentlich war es doch Mut und Roshi. Mut und Roshi hat doch eigentlich Son Goku das beigebracht. Als Tuanks die Technik gemeistert hat, probierte er als... Das stimmt doch eigentlich gar nicht. Das war eigentlich... Ach, egal. Ist mir egal. Aber da sie das nötige Objekt von Meister Roshi vergessen haben, endet die Empfessungswelle mit einem Fehlschlag. Eigentlich war es doch noch ein Raumschiff und das wurde zerstört. Just this together! Thus beginnt a new world. Dennoch stellt so eine Technik, eine Bedrohung für Samatsu, Schwarz, dar. Und sie fusionieren mithilfe der Putara. Als ein einziges Wesen nutzt, die ja funktioniert, Samatsu, die von ihm erlangte entsetzliche Kraft, um Son Goku und Vegeta zu besiegen. Mit Akkuleverufe, weil ein Tausendes ein bisschen war. es ist nicht war ein guter das ist schon kitzerei dass du auch in den mund nimmst heiliger zonig block das d griffen der kommt schon ganz heiß zusammen das ist ein flash das war kein bier und er belongs zu er ist jetzt wieder ich krägt es ja naja kopf geht ja ich krieg es wirklich ab Er ist kein Gott. Na komm, trau dich, komm zu mir. Das ging ja in Nebenkeule. Doch nicht so ein Gott, oder, wie du dachtest. Ich mach den Schlüffer fertig. Nee. Jetzt vorbei, komm. Ich werde den Kampf noch gewinnen, Leute. Ich werde den Kampf noch gewinnen, ich hoffe, ihn jetzt richtig schön zu klumpen, ihr. Ich bedanke euch für eure Fertigkeit, so sinnvoll, wie es ist. Du hast nicht zu akzeptieren, aber im Endeffekt wird es keine Unterschiede machen. Wo soll denn, ey? Ich wollte jetzt richtig schön fertig machen. Ich lag am gewinnen. Ey. Ich wollte ihn richtig schön fertig machen, ey. Ihr habt es gesehen, ich lag am gewinnen. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich bin traurig. At last! Galak gone! You fools have already lost! Never! I'll never give up! They're counting on me! That's right! You show him, son! Father! Zamasu, listen well. Don't underestimate mortals. Especially not Saiyans! Eat this! Galak gone! No matter how many of you mortals band together, you cannot prevail against the power of my light! Come on, Trox! Give it all you've got! Right! This is the power of mortals! No! I've had enough of you impudent mortals! Away with you! Trox! Father! What? einer nach dem anderen beginnt die angriff und einer nach dem anderen beginnen die angriff von trunks wie geht unseren google zumal zu versuchten körper zu zerstören hat man das schreiben zum buch nutzt diese schwäche und bringt zumal zu fall mit dem potter eines kurschirmen fusioniert er mit vegeta und überwältigt samatsu doch ersetzt so viel stärke ein und kann die fusion nicht auf recht erhalten so gut und wie geht er trennen sich und müssen um ihr leben kämpfen aber sie sind nicht alleine trunks als rettung auf trunks lassen die hoffnungen und träume aller in der zukunft als er sich in den letzten kampf gegen samatsu stürzt ich bin immerlastig wie kann man die meine justice wie kann man die vertreibende die schlange für die resten der schlange mortalhärte oder diese Zeit will you try der future wie kann man die vertreibende für deine schweigende Das ist jetzt! Im Gegensatz zu den Gästen, natürlich sind wir schweig. Aber du kannst mich nie schulden. Denn wenn die Mörder joinen, dann können wir alles tun. Denn wir glauben in unseren Menschen, und wir helfen uns zu leben, das ist das uns zu retten. Das ist das uns, das wir, 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 das wir! It's over in 1000! Au! Hey, abhörst du dich! Guck mal, guck mal, abhörst du dich! Mmh, das hat denen geschmeckt. Das hat richtig geschmeckt. So muss das sein. Jetzt. Oh Mann, ein Tausend. Au. Boah, ich kann nicht mit dir. Ich krieg dich, ich krieg dich. Aber wirklich ein Krieger. Eigentlich schon den Düken weghauen. Bam, babam, Schläge muss ich geben. Blasch, blasch, blasch. Ich block dich, ich block dich. Oh ja, jetzt hab ich ihn richtig. Trunk, falsche Richtung. Jetzt, jetzt, jetzt. Schön, ran, ran, da. Schön, schön. Hau ihn weg, Trunk. Jetzt hau ihn weg. Jetzt schön den Lebensstarken weg. Genau. Erledigt, 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 das zählt. Das zählt, ich hab'n Wecker und guck mal hier. Er ist erledigt. Ein mirem Mörder kann nicht einen Garten verletzen. Oh Gott! Was ist das? Energie? Es fliegt in von jedem Leben in diesem Welt. Ich kann es fühlen, ich kann es kommen, die Leute, share mit mir deine Macht! Ich weiß nicht, wie viel Energie du collectierst. Es wird niemals mit einem GAUD! Hier geht's, alle! Wir werden Zamasu verletzen! No, you're a mere mortal. It's not about gods and mortals. You don't believe in anything but yourself, and we won't let you win. I don't understand how it can be this strong. It feels chaotic. So many energies melded together. This is the power of mortals fighting for each other. The power of believing in something bigger than just you. But now it can't be. Samatsu wird von Trunks Angriff überwältigt und verschwindet in einem Lichtblitz. Diese reicht jedoch nicht aus, um Samatsu endgültig loszuwerden. Solange sein Ki bleibt, kann das Universum unter seiner Kontrolle fallen. Kurzgeschlossen beschützt Son Goku Zen-No, der Samatsu endgültig auslöscht. Trunks und die anderen kehren in die Gegenwart zurück, um ihren Freunden davon zu erzählen, was in der Zukunft passiert ist. Trunks befolgt Huys Ratschlag und kehrt mit der Zeitmaschine in seine Zeit zurück, allerdings ein wenig früher. Das war's. Ratschlag und die anderen Seite. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. trainieren mit vater hier bleiben trainieren trainingsrichtig und wichtig aber hat sich mit sparen mit mir ist nur ein wort ein wort vor die kasse hafte bielte protect my world für Ich muss es nicht mehr, was es zu tun. Ich muss es. No matter what it takes? Ich werde das Training geben. No matter how brutal. Dann werden wir mit uns bleiben. Oh, Trunks, ich bin so glücklich, dass ich es so glücklich war. Als es nicht ein Inconvenienz ist. Natürlich nicht. No matter die Zeit, dieses Spiel ist dein Haus, und du bist immer willkommen hier. Danke, Mom. Ich versuche, ich werde stärker und stärker werden. Ich versuche, dass das Training nicht ein Wettbewerb war. Ich werde, Vater. Ja, schön, mit dem Schwert noch ein bisschen. So. We fight! As one! This is it! What's the matter? Certainly you didn't defeat Zamasu and Goku Black with such meager power. Nein, ich bin auch gerade dabei, dich festzumachen, Vegeta. Channel, du wirst in eine Explosion von Rage. Bleib über die Grenzen von deinem Kraft! Got it! Star Wars! Looks like I'm up next, then. After Gohan taught me, I never thought I'd have a chance to learn from the one who taught him! Huh. I'd nearly forgotten that. Euer white Gohan Matthews als Martial Arts instructor. Das wird eine gute Chance, irgendwelche Dämon-Style-Techniken, die dir erzählt hat. Lass mich euch zeigen, wie ein Dämon zu kämpfen. Das geht doch dann rein da. Ja, was geht? Das ist es! Bäm! Das sind soeben, du hattest ich! Hab da, was du dich! Guck mal! Hat dir geschmeckt, oder? Hat dir das geschmeckt? Können wir ins Auge gehen? Das können ins Auge gehen! Ich block das einfach! Oh, scheiße! Wollt's vielleicht nicht so geil! Weil warum mischt dich so'n Groten in den Kampf mit ein? Da hab ich auch ein Geschenk für dich, Gohan! Ich schlitz dir drauf! Ah! Es geht ja neben! Ah, jetzt hat die Nose geschissen! Ah! 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 Thank you for training with me, everyone! You don't know how much this means to me! Ey, ich hätt den Kampf noch gewonnen! Ich hätt ihn richtig schon fertig gemacht, ne? Future Trunks erfunden! Ja! Level up! Wunderbar! Das ist doch geil! Nachdem er gegen Vegeta, Piccolo und Gohan gekämpft hat, fühlt sich Tuongs stärker denn je! Tuongs kann jetzt auf seine Stärke vertrauen und es ist endlich Zeit für ihn in die Zukunft zurückzukehren! Bevor er zurückkehrt, verabschiedet sich Tuongs von allen und verspricht, dass sie sich wiedersehen werden! Oh schön! Um der stärkste Universum zu werden! Ja! Mal gucken! Ach, wir haben jetzt schon hier eine alternative Zeit... Ah! Warte mal! Ja! Ja, ja, stimmt! Wir haben uns ja dafür entschieden, in der Gegenwart zu bleiben! Ja, ja, ja! Okay! Gab's hier auch noch was alternatives? Ja! Beziehungsweise, aber ich hab den doch fertig gemacht! Ich hab doch gewonnen! Er hat ein Kind drin, der Gerson mit Vegeta gewesen, genau! Ja, und hier, ich hab ihn doch besiegt! Ihr habt doch gesehen, dass die Leben auf Null waren! Okay, seltsam! Egal, wir haben jetzt irgendwie einen Zeitstrahl mit, wir bleiben in der Gegenwart! Geerbter Stolz! Okay, mal gucken, wie jetzt hier weitergeht! Ich muss das tun! Ich muss das tun! Tun wir! Es kommt, Trunks! Also, dann schließen wir sich länger in der Vergangenheit... Warte, haben wir doch gerade gemacht! Warte, das haben wir doch schon längst gemacht! Wir... Wir haben doch den Kampf gemacht gegen... Ähm... Geerbter Stolz! Ja, Trainingfortsätze! Wir haben doch gewonnen! Ja, hab ich gemacht! Ich hab die besiegt! Ja, aber warum geht's denn hier nicht weiter, hä? Ja, äh, komm, mach weiter! Ich hab die doch besiegt hier! Hä? Ich versteh's nicht! Aber, äh, wir sind nun sicher, ich hab die doch alle fertig gemacht! Warum zählt denn das nicht, hä? Du hast springen! Wieso muss ich nochmal gegen die kämpfen? Ich hab doch gewonnen! Ich bin gefüllt mit Determination! Ich kämpfe dich erst! Probe, dass all dieses Training nicht ein Wachstum war! Ich will, Vater! Ja, nein, nein, nein! Ja, nein, nein! Ja! Woh-aah! Stopp! H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Ich werde dich genau so fertig machen wie vorhin auch. Ich hab doch auch hier den gemacht. Guck mal hier. Aber ich versteh das nicht. Ich hab dich doch fertig gemacht. Sieht so aus, dass ich am nächsten Mal bin. Nachdem ich Gohan gelernt habe, habe ich nie gedacht, dass ich eine Chance von demjenigen, der ihn gelernt habe. Ich hab das fast vergessen. Es ist schwierig, dass Gohan als Martial-Artsinstruktor bezeichnet. Das wird eine gute Chance, irgendwelche Dämon-Style-Tekniken, die dir gelernt hat. Lass mich euch zeigen, wie ich dich als Dämon kenne. Das ist ja die Schetten, Menschen. Das ist mit Alien, whatever. Aber es ist das. Natürlich Gohan, jetzt bist du dran. Die ganze Kraft, bitte geh, Gohan. Du hast es. Trunks nimmt dich nur nicht, ne? Du weißt, der Hochwut kommt vor den Fall. Everyone, lass mir deine Kraft! Hab dich! Jetzt, jetzt, schön mit dem Schwert, schön mit dem Schwert dran. Ich kann es fühlen. Keep it coming, Leute! Share your power with me! Danke, dass du mit mir trainierst. Ihr wisst nicht, wie viel das für mich bedeutet. Zudem verbeugen wir uns. Wir kehren unsere Zeit zurück. Genau, jetzt springen wir mal. Ich habe das stört. Aber warum geht es hier nicht weiter? Ey, 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 ich weiß es nicht. Detail zeige, Piccolo, unseren Gohan, deine Kraft. Hä? Ich kapier's nicht. Fortfahren. Ja, das ist eigentlich ein guter Trick. Das funktioniert ja gerne mal. Und weh, jetzt ist wieder der Kampf gegen Piccolo, äh, Vegeta und so, weil... Ist doch scheiße! Leute, ich schwirr mit offenen Karten. Ich hab... Leute, ich schwirr mit offenen Karten. Äh, Leute, ich hab, äh, ich schwirr mit offenen Karten. Ich hab keine Ahnung, warum es hier nicht weitergeht. Ich raf's nicht. Ey, jetzt mein Ernst, oder? Was war eigentlich das hier gewesen? Wir haben den Kampf doch gewonnen. Wir haben ihn doch auf null gebracht. Leute, ich würd mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Pott wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao! 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 Ciao!